Jetzt der Schuss! Gut gemacht! Da kommt der Schuss! Ein fantastisches Tor! Der Ball kommt! Volley genommen! Da ist sie aufmerksam! Schuss! Der geht an die Latte und zurück ins Feld! Wird das jetzt gefährlich? Und jetzt der Schuss! Ein fantastischer Treffer! Der überpasst! Da hat sie Verantwortung übernommen und den Elfmeter gut verwandt! Da kommt der Schuss! Das ist noch gefährlich! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!